Ja, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Mitopia. Wir sind in der Anderwelt, oder Anderswelt, keine Ahnung, auf jeden Fall. Und irgendwo hier muss der dunklere First Link sein. Ja, ganz herzlich willkommen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Einen Augenblick. Entschuldigung, was so wichtig ist. Aber wie ein spannender Zehn. Entschuldigung, was so wichtig ist. Entschuldigung, was so wichtig ist. Das Level 25 mit der Klasse Priester erreicht. Entschuldigung, was so wichtig ist. Entschuldigung, was so wichtig ist. Grillrüstung für Snoodog. 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 wir stehen kurz vor der letzten schlacht gibt es irgendwas dass du vorher noch tun wolltest oder irgendwas was du noch loswerden willst um ehrlich zu sein nein lieber nicht was jetzt hast du mich voll neugierig gemacht bringen wir erst unser abenteuer zu ende dann sag ich dir welke na gut ein grund mir diesen kampf nicht zu verlieren genau genau ich frage mich was das so hin so ich glaube wir werden sehen nicht erfahren auch wenn wir den kampf gewinnen was was ist was tausend gealtert astronautennahrung also in tomodashi live wird astronautennahrung nicht so gerne gemocht kann ich glaube ich auch verstehen ich habe mich mal ein dokumentation gesehen wie das leben wo auf eis ist und ja astronautennahrung sowohl laut den astronauten nicht so gut sein es ist nicht so gut kriegen runter aber es schmeckt wohl nicht so kann ich ja auch irgendwie noch passieren Bis zum nächsten Mal. 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 Peeperbox ist effektiver. Beeperbox ist effektiver. Und dann geht's im nächsten Part den dunklen First Link an den Kragen. Also, nicht den nächsten Part verpassen. Also sprich, dafür gerne den Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr den nächsten Part nicht verpasst. Wir sehen uns und bis bald.